So, da bin ich auch schon wieder zurück. Wie ihr gesehen habt, den Sturmkönig habe ich jetzt eben schon einmal besiegt. Ich wollte eigentlich die Wohnmöbel machen, aber die habe ich selbst noch nicht gefunden. Jetzt gehen wir erstmal hin, ich zeige euch genau, wo die Schwachpunkte des Königs sind. Und wenn ihr den König gelegt habt, kann ich euch direkt zeigen, ihr seht es hier jetzt hier schon rechts, ihr bekommt diesen Kleider, den habe ich auch schon direkt ausgerüstet, wir werden ihn auch direkt sehen. So, hier mal schon mal direkt nicht auffüllen, weil die Lobby ist eh voll. Oder? Ne, warte, wir müssen auffüllen, aber wegen einer anderen Sache. Also, ich werde heute Abend, beziehungsweise sobald ich alle Aufgaben für euch fertig gemacht habe, euch sofort Livestream starten und wir werden den ersten Skin verlosen. Ich hoffe, dass wir bis dahin eventuell die ersten 1000 Abonnenten voll haben. Ist dann schon mal das erste Dankeschön von mir an euch alle. Also, seid auf jeden Fall live dabei. Und wenn du halt, wie gesagt, noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, gerne jetzt dein Abo dalassen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die alle wieder stumm schalte. Eben war schon einer, der war ja auf Super Mario. Na, komm schon. Vor den ersten drei Runden, ich kam überhaupt nicht rein. Die erste Runde, habt ihr gesehen, das kurze Video, ist alles durchgefahren. So, stellen wir hier erstmal stumm. So, kann noch einer reden? Ne, gut. So, erstmal in die in der Lobby, falls euch das stört, wenn ich rede, einfach stumm stellen. So, diesmal springe ich aber da wieder raus. Weil, passt auf, die Zone kommt nämlich ziemlich schnell. So, warte, wie schnell kamen die? Ja, seht ihr, nach drei Sekunden schon. Oh, er kann doch reden. Das war's wieder komplett. So, erstmal stumm stellen. So, wie ihr seht, die Zone kommt direkt. Also, viel Zeit hat man hier wirklich nicht. So, da seht ihr schon den Schwachpunkt. Gucken wir mal, wie wir ihn hier schon treffen. Ja, einmal. Aber wir gehen näher ran. Ja, man merkt schon. Ich stelle mal gerade den Ton ein bisschen leiser. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht zu laut ist für euch. So. So, jetzt geht's ja nur um den Schwachpunkt. Da ist der Schwachpunkt. Das Gelbe. Und da müsst ihr Schaden drauf machen. So, der Schwachpunkt wurde aber schon wieder zerstört. Ja, hier geht alles ein bisschen drunter und drüber. So, versucht immer ein bisschen hinter den zu kommen. So, immer da drauf. Munition gleich leer. So, dann hat er dieses Horn. Da müssen wir nämlich auch Schaden drauf machen. Guck mal, ich hab keine Munition mehr. So, wie rum steht er? Jetzt müssen wir wieder hinter ihn. Ich brauch unbedingt Munition, ey. So, jetzt zeige ich euch noch einmal die Schwachstelle. Und dann müsste das eigentlich auch reichen. Immer da drauf. So, ich hoffe, ihr wisst jetzt genau, was ihr machen müsst. Wie ihr seht, es zählt auch immer weiter. Und ich würde sagen, das reicht auch erstmal. Und in dem Sinne, viel Spaß weiter mit dem Event. Ich entschuldige mich schon mal, dass das so laut ist. Oh, das ist nur durch auf meinen Kopfhörern so laut. Und wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. In dem Sinne, haut rein.